Hälfte an der Seite zu verleugen, jetzt linken Fuß raus und rechter Arm über den Kopf. Jetzt auf die andere Seite verlagern und sehr wunderschön komplett, also hält, der geht über den Kopf. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir die Eins, die oben lang gehen, in der Ellbäume vorbei streichen. Der nächste Schritt ist, wir gehen wieder hoch, also wir gehen auf die andere Seite mit dem Gewicht und nehmen das Bein hoch. Und dabei ziehen wir den Ploch unter den Beinen. Genau. Und dabei ziehen wir den Ploch. ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020